Hallo, ich grüße euch. Morgen gibt es hier in der Stiftskirche ein Konzert mit Werken nur von mir. Das sind Vokalwerke, die seit der Jahrtausendwende entstanden sind. Wir führen diese Stücke auf mit dem Solistenensemble Stimmkunst, mit dem ich in der letzten Zeit ja eigentlich nur Bach aufführe, aber jetzt gibt es mal was ganz anderes. Und ich dachte, ich blätter mal mit euch dieses Programm durch. Es beginnt mit dem Sanctus, das ist ein Stück von 2001. Es ist achtstimmig und dieser Teil hier am Anfang, Sanctus, sehr rhythmisch geprägt, der kommt dann im Stück dreimal vor. Also dadurch ist es geliedert hier zum zweiten Mal und dann eben nochmal am Ende, jeweils ganz ohne Variation. Und dazwischen sind eben diese anderen Textteile vertont und eben zum Beispiel hier, so mit Frauenchor, dann ergänzt durch den Männerchor. Hier ist es sehr lyrisch, das Benediktus, manchmal auch so mit Einlagen quasi von Solostimmen und immer wieder auch eben solchen rhythmischen Teilen, die sich dann aufbauen zum Gesamtklang. Das nächste Stück heißt Laudate Dominum, also eine Komposition über den 150. Psalm. Man sieht auch schon, das ist sehr rhythmisch geprägt, eigentlich für einen Knabenchor idealerweise komponiert, 2003. Und es ist so eine Art Bilderbuch, kann man sagen. Also ihr kennt den 150. Psalm, in dem viele Bilder über das Musizieren enthalten sind. Und zum Beispiel hier, Psalterio ecittara, das ist sehr lebendig. Hier Timpano, die Pauken, die so angeschlagen werden können, auch durch die Sprache. Oder das Bild vom Chor, der Legatomelismen singt. Und hier in Chordis, die Streicher, die so mit leeren Seiten operieren. Und meine Lieblingsstelle, die Orgelstelle, wo alle so Tonleitern spielen und dann noch ein Mordent enthalten ist. Also das hat mir damals viel Spaß gemacht. Ist das einzige Stück, auch das rein vierstimmig ist. Am Schluss ist das Alleluja etwas breiter ausgebaut. Und es endet hier mit einem ziemlich heiteren, unschwungvollen Schluss. Dann kommt eine ganz andere Gattung. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23, das ist ein Sololied, also für Sopran und Klavier. Ich habe das mal geschrieben für einen Rundfunkgottesdienst, als die sogenannte Basisbibel eingeführt wurde. Und das heißt, es ist eben auch nicht der Text, den wir so kennen, sondern der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Aber ich muss sagen, mir hat es damals sehr gefallen, diesen Text zu komponieren. Und ich konnte gut verstehen, dass man immer wieder auch versucht, die Bibel neu zu übersetzen. Auch sehr bildreich, farbenreich, finde ich. Das singt an Franziska Bove. Und ja, es endet mit einem kleinen Nachspiel. Und dazwischen viele Möglichkeiten, eben diese Bilder auszudeuten. Dann kommen zwei Stücke hintereinander, die mit sehr vielen Stimmen rechnen. Edvidimus Gloriam Eus. Das ist ein Stück für vier Chöre. Zwei dreistimmige Frauen-Männerchor und zwei vierstimmige. Und die Orgel ist dabei, so als Klanghintergrund. Das ist auch, glaube ich, ziemlich das längste Stück im Programm. Man sieht, es gibt da ganz verschiedene Schichten. Und diese Mehrstimmigkeit ist eben auch so gedacht, dass die Chöre im Raum verteilt sind. Da gibt es also Tutti-Effekte. Dann hier zum Beispiel Fugierzingen. Die Gruppen alle zusammen jeweils. Und hier sind die Chöre gegeneinander gestellt. Dann gibt es sehr milde Passagen. Mal ein Tenorsolo. Also es gibt ganz verschiedene Variationen, wie diese Gruppen aufgeteilt sind. Hier gibt es eine Reprise in einer anderen Tonlage. Und da sind übrigens die Motive dann rückwärts geführt. Also ich habe damals sehr viel an den Strukturen von dem Stück gearbeitet. Das hat eine sehr ganztönige Harmonik. Und ja, hier gibt es zum Beispiel auch am Schluss, die Stelle mag ich ganz gern, der Frauenchor sehr hoch, sehr leise und dann kurz dagegen den Männerchor, bis es hier am Schluss mit diesem sehr starken Klang endet. Dann kommt Veni, das ist 2015 geschrieben. Das sind drei vierstimmige Chöre und das ist eine Choralbearbeitung. Also eine Choralbearbeitung über Veni Redemptor Gentium. Kennt ihr alle. Nun kommt der Heidenheiland, der Ursprungshymnus. Und es ist so gemacht, dass immer dieser Cantus firmus durch die Gruppen durchwandert. Also mal die Bässe, mal der Sopran, mal Alt, mal Tenor. Und die sind auch klanglich eben etwas hervortretend. Und die anderen Gruppen drumherum sind eben sehr viel feiner geführt. Das endet dann immer nach jeder Periode. Und es gibt zwischendurch aber, weil ja der Hymnus eigentlich in einer Tonalität steht, also quasi in D-Dorisch, gibt es hier zwischendurch auch noch so eine andere Farbe durch einen mediantisch aufgebauten Zwischenteil, wo die Chöre gegeneinander gruppiert sind. Und dann kommt wieder dieser Schluss. Und es endet mit dieser Bitte Veni, Veni und nochmal Veni, allerdings nicht laut. Dann sind wir schon beim sechsten Stück. Rejoice in the Lord über Psalm 33. Das ist für zwölf Stimmen. Der Titel wird dann auch der Titel für die CD sein, die wir dann ab Sonntag aufnehmen. Das ist wirklich nicht ganz ohne. Also die zwölf Stimmen haben zwar auch mal beinahe das Gleiche zu singen, aber sehr oft sind die Akkorde wirklich so aufgefächert, dass es eine echte Zwölfstimmigkeit gibt. Und die Solomöglichkeiten sind also wirklich auch ausgeschöpft. Hier zum Beispiel Alt 1, dann Sopran 1, da zweiter Alt, zweiter Sopran und so weiter. Und dann gibt es auch verschiedene Klangwelten. Also hier baut sich zum Beispiel ein ganz schöniges Cluster über eine sehr lange Zeit auf. Immer wieder kommt eine neue Stimme, die auch einen neuen Text bringt. Und es sammelt sich dann wieder im Gesamtklang. Auch hier Background Chorus, wenn man so will. Und dann kommen solche wie predichthafte Ausrufe zwischen den Stimmen, Tenor, Alt, Sopran. Und dann solche fast liturgisch anmutenden, sehr akkordhaften Partien, die aber von der Harmonik durchaus anspruchsvoll auch zusammengesetzt sind. Also haben wir lange geübt. Und dann kommen wir nach diesem schließenden Teil dann auch schon wieder in die Reprise und in einen sehr schnellen Schlussteil an dem Takt üben wir immer noch. Ja, und dann laut Schauts zu Ende. Nummer 7 ist dann The Eyes of All Looked to You, ein englischer Psalm 145. Das habe ich mal für einen Fernsehgottesdienst geschrieben zum Jubiläum des Lutherischen Weltbunds. Mir fällt gerade auch vorher, habe ich gesagt, Laudate sei das einzige vierstimmige Stück. Aber das ist auch rein vierstimmig gehalten. Und das ist übrigens wirklich leicht darstellbar für Chöre, finde ich. Und es wandert nach oben. Also es moduliert von der Grundtonart D, D-Dur, so wenn man will. Und dann geht es immer eine Stufe rauf, immer mit Zwischentexten. Also die Hauptidee, The Eyes of All Looked to You, das kommt immer wieder. Und es endet schon nach zweieinhalb Minuten dann hier in einem schönen Gesamtklang. Wenn ihr noch dabei seid, soweit die Wolken gehen, ist Nummer 8. Das ist eine Besetzung für Altsolo und vierstimmigen Chor Flöte und Orgel. war auch mal eine Komposition für eine Gemeinde in Bremen. Und die Orgel und die Flöte sind durchaus anspruchsvoll. Der Chorsatz ist nicht ganz so kompliziert gehalten. Und es ist ein sehr zuversichtlicher Text. Der Herr ist mein Hirte, der noch ergänzt ist, eben durch den Psalm 36. Dieser Psalmtext, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, der kommt dann auch am Ende nochmal. Also das ist alles so zwar in Strophen gedacht. Also hier beginnt dann die zweite Strophe, dann für das Altsolo. Aber alles gehört ineinander. Also es ist so, dass die Übergänge jetzt nicht durch große Pausen erfolgen. Hier ist zum Beispiel dann ein Bass-Cantus-Firmus für die dritte Strophe. Und hier kommt die vierte, das ist auch wieder Altsolo, ein bisschen heiterer gemacht. Und das geht über dann direkt in diese fünfte, die wieder so ähnlich aufgebaut ist wie die erste. Und am Schluss geht es hier über, ich will den Herrn loben, alle Zeit. Also auch sehr positiv gedacht. Also es geht es in einen Schluss nochmal mit einer kleinen Insel für Altsolo. Und dann kommt der Schluss. Da wird also auch ordentlich nochmal klar dann zusammengesetzt von allen Beteiligten. Nummer neun ist eins meiner Lieblingsstücke. Ich glaube auch von der Stuttgarter Kantorei. Wir haben das in Weimar beim Wettbewerb damals gesungen. Und ich glaube, hat uns damals auch viel genützt und viel Spaß gemacht. Also es ist achtstimmig und oft auch wirklich so aufgeteilt. Also hier sieht man, sind die Frauenstimmen wirklich unterschiedlich gehandhabt. Es gibt ganz verschiedene Modelle, eben weil es auch so ein bisschen als Wettbewerbsstück gedacht war. Mit Solo-Partien oder eben Partien, bei denen einzelne Stimmen hervortreten können. Akkordischen Momenten für die Männerstimmen. Und hier sehr kräftigen, sehr prononcierten Partien für die Männer. Dann auch wieder ganz feinen Passagen. Hier auch. Da erwächst dann zum Beispiel aus so einem Pianissimo-Klang so ein großer Aufbau, der rein diatonisch geschrieben ist. Habe ich damals auch versucht zu wechseln zwischen so verschiedenen harmonischen Farben. Dann kommt wieder der Schluss, also das Hauptthema von Bless the Lord, Oh My Soul. Das kommt immer wieder zwischendurch. Hier auch nochmal ein Rückgriff auf den Anfang. Und der Stuss selber ist hier gar nicht so mächtig, sondern quasi liturgisch schlicht. Das Alleluja ist das neueste Stück. Es ist erst so eine Woche alt oder vielleicht zwei. Für vierstimmigen Chor, aber mit ein paar Aufteilungen dann auch innerhalb der Stimmen. Es ist eigentlich so ein Sehnsuchtsgesang. Also es ist nicht nur ein reiner Jubilus. Und es gibt da sehr extrovertierte Momente hier, wenn das über den Bass, über den Tenor, Alt und Sopran, dann so eruptiv losgeht. Auch vor allem da dann in diesem Unisono aller Stimmen. Aber es endet, wenn man so will, nochmal in einer nicht gerade melancholischen, aber sehr empfindsamen Art und Weise, aber mit großer Intensität. Also ich glaube, so habe ich bisher nicht geschrieben. Das ist nochmal ein anderer Tonfall als bisher. Und zum Schlussabend ein Stück über ein Gedicht von Andreas Grüfius. Und hier ist eben das Klavier auch prominent dabei. Götz Peier wird es spielen. Und die Harmonik richtet sich da sehr nach diesem grandiosen Text, muss ich wirklich sagen. Der schnelle Tag ist hin, die Nacht schwingt ihre Fahnen. Und es ist wirklich ein Text, in dem sehr nachdenklich über den Sinn des Lebens verhandelt wird, nachgedacht wird. Und ja, ich habe versucht, diese Bilder auch des Textes jeweils prägnant umzusetzen. Ja, das mit dieser Rennebahn, das hat mich damals auch sehr fasziniert. Und hier gibt es so einen ganz lichten Schluss. Da kommt dann auch das Sopran-Solo dazu, dein ewig heller Glanz. Und das baut sich dann, nachdem es hier nochmal so ganz zurückhaltend war. Und wenn der letzte Tag wird mit mir Abend machen, dann kommt nochmal dieses Schluss. So reiß mich aus dem Tal der Finsternis zu dir. Und es endet dann im vollen Klang aller Stimmen. Und ja, also das hoffe ich, dass das ein schöner Schluss sein wird. Danke fürs Dabeisein beim Durchblättern. Wer morgen nicht kann, also 19 Uhr Stiftskirche, der hat vielleicht dann Gelegenheit, die CD zu hören. Wir produzieren sie ab Sonntag und sie wird dann schon im Advent fertig sein. Danke, bis bald wieder.